Hallo, mein Name ist Hanna. Ich bin 21 Jahre und komme aus Mönchengladbach. Nun studiere ich im zweiten Jahr Equine Leisure and Sports in Wacheningen. Ich war selber viele Jahre im Dessursport aktiv und habe mich nach meinem Abitur entschieden, ein Studium mit Pferden zu besuchen. Daraufhin habe ich mich umgehört und habe vom Infotag hier in Wachening an der Fernhande Ahrenstein gehört und habe mich entschlossen, mir das anzusehen. Durch meine Familie und vor allem durch meinen Vater habe ich schnell erkannt, dass Zucht und Ausbildung von Pferden ein sehr interessantes Feld für mich darstellt. Deswegen strebe ich an, nach dem Studium mich genau in diesem Bereich zu bewegen. Ich möchte gerne am dynamischen Prozess der Zucht und der Zuchtwertschätzung und solchen Dingen möchte ich teilnehmen und aktiv meinen Part darin spielen. Ich möchte selber herausfinden, was Ausbildung und Zucht im internationalen Sektor für mich bietet und möchte einfach sehen, wo es mich im Endeffekt hinführt. Neben der Uni habe ich auch noch ein Pflegepferd hier in Wacheningen, dass ich zweimal die Woche reite. Ich mache ein bisschen Sport hier an dem Uni-Sportcenter und treffe mich viel mit Freunden. Wir grillen oft zusammen und gehen weg und sitzen zusammen und machen einfach eine gemütliche Zeit. Neben der Uni bin ich auch aktiv in einer Studentenverbindung hier in Wacheningen. Sie ist angeschlossen an Van Hallarenstein selber und somit können nur Van Hallarenstein Studenten dort Mitglied werden. Wir sind sehr aktiv, was Ausflüge und Erkundungen im Land anbetrifft und so kann man schnell einfach die holländische Lebensweise kennenlernen. Wacheningen ist einfach eine wunderschöne, alte, aber sehr feine und kleine Stadt. Die Mehrzahl der Leute, die hier leben, sind einfach Studenten und man trifft unfassbar viele Leute auf der Straße. Die Stimmung generell ist sehr positiv. Man kann sich ganz nett am Marktplatz mit anderen Studenten zusammensetzen in den unzähligen Cafés und Bars. Der Stadtkern ist sehr schön und gemütlich und bietet viele Möglichkeiten, um Kaffeetrinken zu gehen oder auch abends wegzugehen. Die Niederländer sind einfach ein sehr, sehr offenes Volk. Sie sind sehr spontan und sehr freundlich und hilfsbereit. Dies überzeugt mich absolut von den Niederlanden.